Guten Tag, willkommen zu Recht und Technologie täglich. Mein Name ist Dennis Hillemann. Es ist der 3. März 2021. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wollen wir uns zunächst mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigen. Dort gab es am Dienstag eine neue Entscheidung des EuGH. Worüber reden wir bei der Vorratsdatenspeicherung? Dort geht es um die verdachtsunabhängige Speicherung von Verbindungsdaten. Es geht nicht sozusagen um die Speicherung von Telefonaten, von E-Mails, SMS hinsichtlich der Inhalte, sondern es geht darum, mit wem habt ihr telefoniert, mit wem habt ihr Nachrichten geschrieben und natürlich auch um sowas wie Speicherung von IP-Adressen im Internet. Deutschland hatte das 2015 auch gesetzlich vorgesehen, so eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung als wirksames Mittel zur Strafverfolgung. Das sollte eigentlich dann am 1. Juli 2017 in Kraft treten, aber das OVG NRW hat dann Verfassungsmäßigkeit angezweifelt und nach einer Entscheidung wurde das dann in Deutschland ausgesetzt, wird also derzeit nicht angewendet. Und es gibt auch eine Vorlage aus Deutschland an den EuGH. Gestern hat allerdings der EuGH zu einem Sachverhalt aus Estland entschieden und der EuGH ist dort nochmal ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, das jetzt auch für Deutschland sehr wichtig ist. Erstens, eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, wie sie jetzt sozusagen auch das deutsche Recht vorgesehen hatte, ist rechtlich unzulässig. Das sieht der EuGH nicht als rechtmäßig an. Und zweitens, wenn auf Verbindungsdaten zugegriffen werden soll, dann sagt der EuGH, dann braucht es die Überprüfung durch ein unabhängiges Rechtsorgan. Das ist faktisch ein Gericht, denn eine auch weisungsunabhängige Staatsanwaltschaft, und das ist ja die Deutschen noch nicht mal, würde nicht ausreichen. Ja, also in der Tat auch ein Fingerzeig für Deutschland, denn auch in Deutschland bleibt das Thema Vorratsdatenspeicherung bei den Strafverfolgungsbehörden präsent. Wer dort mehr wissen möchte, sollte sich mal den Artikel bei Legal Tribune online dazu anschauen. Ich bin kein Strafrechtler, das ist eigentlich auch nicht mein Kerngebiet, aber ich denke sicherlich, wenn wir Recht und Technologie machen hier, dann sollten wir uns auch solche Sachen mit im Auge behalten. Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, das ich total spannend finde, und zwar gestern kam die Nachricht, dass Volvo Schluss mit Verbrennermotoren macht. Also Volvo will keine Verbrenner mehr herstellen und wird ab 2030 zur reinen Elektromarke. Das wird sicherlich auch in der Industrie Nachwirkungen haben, und ich bin gespannt, wie andere Automobilhersteller darauf reagieren werden. Jetzt kann man sagen, okay, die Entwicklung brauchen wir auf jeden Fall, allein um klimaneutral zu werden, und die ist in der Hinsicht super. Natürlich bedeutet das auch eine erhebliche Veränderung, a, der Geschäftsmodelle der Unternehmen, aber b, dann auch letztlich der Legislative. Wir werden sicherlich sozusagen bei dem Kraftfahrzeug Zulassung uns darauf einstellen müssen. Wir werden uns fragen müssen, wie kriegen wir genug Ladestationen für die Elektroautos hin? Wo kriegen wir auch den Strom für die vielen Elektroautos hin? Wenn alles nur noch Elektroautos sind, dann muss ja massiv Strom auch produziert werden für die. Das hat dann Auswirkungen sicherlich auf städtebauliche Entwicklung, auf bauplanungsrechtliche Elemente. Wir alle kennen die Themen um Windenergie, um Offshore-Windparks. Das heißt sozusagen, wenn man jetzt weiterdenkt, so eine Entwicklung im Autohandel hat dann wiederum Entwicklung auf Rechtsetzung letztlich. Denn diese Bedürfnisse nach Strom, nach Ladestation müssen dann auch von der Gesetzgebung entsprechend mitbedient werden. Also eine Entwicklung, die ganz spannend ist. Die zweite Entwicklung, die da auch total spannend ist und die sicherlich auch eine Veränderung bedeuten wird. Volvo möchte auch in Zukunft, dass die Autos online bestellt werden. Also sozusagen, es bleibt dann noch erstmal beim Händlernetz. Man kann auch bestimmte Autos noch weiter beim Händler bestellen. Nein, aber eigentlich soll es wie bei Tesla in den Online-Vertrieb gehen. Und das hat natürlich auch aus meiner Sicht nochmal ganz spannende Auswirkungen natürlich auf die Geschäftsmodelle der Autohäuser. Aber dann auch auf die Frage, wie funktioniert es denn mit Wartungen von Autos? Und das ist wieder das Thema, das ich schon mal öfters auch angesprochen hatte in meinem anderen Podcast. Wir werden sicherlich dahin kommen, dass Autos in Zukunft vor allem online gewartet werden durch Software-Updates. Und dann ist die Frage, wer überprüft eigentlich diese Software-Updates? Nach welchen Rechtsregeln sollen diese Software-Updates aufgespielt werden? Wann liegen zum Beispiel auch Sachmängel vor, wenn Software-Updates was verändern? Da gibt es überhaupt nach meiner Sicht noch keine wirklichen Regeln zu. Und das wird kommen. Ja, das wird ganz klar kommen. Ganz spannendes Feld. Dann nochmal ein Thema zu Apple und Google. Apple und Google, wisst ihr, haben entsprechend ihre Stores, in denen ihr die Apps runterladet. Und wenn darunter Zahlungen erfolgen, dann kassieren da Apple und Google mit 15 bis 30 Prozent in der Regel. Ja, also das heißt, wenn ihr aus einer App irgendwas herauskauft, dann ist das sozusagen ein super Geschäft für Apple und Google, denn sie kassieren damit. Darauf beruhen natürlich der Sinn und Zweck dieser ganzen App-Stores. Und Arizona hat da jetzt ein Gesetz erlassen. Danach sozusagen möchte Arizona oder beziehungsweise ist das jetzt seit drei Wochen raus und ist natürlich heftig angegriffen. Danach können sozusagen in Arizona entsprechend auch Drittanbieter die Zahlungen aus Apps abwickeln. Das müssten dann Apple und entsprechend Google ermöglichen. Und dann sozusagen kassieren sie das Geld nicht mehr, was ihre App-Stores obsolet macht. Ganz spannendes Thema, was sich dort in den USA in vielen Bundesstaaten entwickelt. Man sieht sozusagen, dass dort entsprechend die Bundesstaaten immer stärker gegen Big Tech vorgehen. Beziehungsweise noch eine Klarstellung. Das Gesetz ist noch nicht entlassen, sondern kommt diese Woche dort ins Parlament und könnte dann beschlossen werden. Also und da sind natürlich Apple und Google streck gegen. Da ist eine richtige Lobby-Schlacht im Gange. Und wenn das in Arizona durchgeht und ein Vorbild ist, dann könnte das natürlich für Apple und Google, für ihre App-Stores eine erhebliche Veränderung für die Zukunft bedeuten. Letzter Punkt, das hat gestern die New York Times berichtet. Es gibt viele Universitäten, insbesondere in den USA, die Technologie benutzen, um entsprechend bei ihren Studenten zu messen, ob sie beispielsweise Fieber haben. Das sind so wie Scanner am Flughafen, durch den man durchgeht, bevor man Universitätsgebäude betrifft. Und wenn dann sozusagen eine erhöhte Körpertemperatur festgestellt wird, dann wird man des Gebäudes verwiesen und muss einen Corona-Test machen. Das haben viele Universitäten in den USA eingesetzt. Dort hat die New York Times nochmal darauf hingewiesen, dass diese Technologie zumindest nach derzeitigem Stand nicht als sicher anzusehen ist, dass sozusagen dort für solche Zutrittsbeschränkungen, wie sie es ja letztlich dann sind, keine sichere technische Grundlage gibt. Das ist also auch für deutsche Universitäten vielleicht interessant, die über Ähnliches nachdenken. Das war's für heute. Bis morgen.